Fühlen Sie sich wie Gott in Frankreich mit einem Mietwagen von Auto Europe. Entdecken Sie die Hauptstadt Frankreichs und gleichzeitig die Stadt der Liebe, Paris. Der Eiffelturm und die weltberühmte Kathedrale Notre Dame werden Sie beeindrucken. In Frankreich finden Sie interessante Bauten, wie die Brücke Pont Neuf in Toulouse, gepaart mit geschichtlichen Highlights wie dem Papstpalast in Avignon. Begeben Sie sich auf die Südseite des Lebens und lassen Sie sich vom Flair der kleinen Fischerdörfer verzaubern. Besuchen Sie eines der beliebtesten Urlaubsländer weltweit. Kommen Sie nach Frankreich und fahren Sie mit einem Mietwagen von Auto Europe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017